Herzlich willkommen zurück zu Eingestellt. Heute zeige ich Ihnen, wie einer unserer Partner fünf Kraftfahrer in nur sieben Wochen eingestellt hat. Dafür gibt es gleich wieder direkte Infos hier aus dem Werbemanager, aus all den Daten, die wir auch gesammelt haben. Die gebe ich wieder einfach mal direkt weiter an Sie, damit Sie so einen Einblick dafür bekommen, aber auch einfach erfahren, wie es geht, wie wir es machen. Und am Ende des Videos habe ich noch direkt einen Bonus mit dabei für Sie. Und zwar haben wir eine Auswertung gemacht über alle Statistiken und Auswertungen unserer Partner. Wie ist der perfekte Ablauf einer Bewerbung? Und damit meine ich jetzt erstmal den zeitlichen Ablauf vom Eingang zu den Bewerbungsgesprächen, dem Erstkontakt bis zur Einstellung. Was sollte man da beachten? Das zeige ich Ihnen auch am Ende dieses Videos. Deshalb bleiben Sie direkt dran und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Mein Name ist Lukas Krohlemer. Ich bin Leiter Projektmanagement und Marketing der Salon Media GmbH. Und heute darf ich verkünden, dass unser Partner Ebner Logistics in einer erneuten Kampagne, das heißt wir haben schon mehrmals Kampagnen auch wirklich geschalten, jetzt die letzte ist einmal wieder aktuell vorbei. Die hatte jetzt eine Laufzeit von sieben Wochen. Es wurden fünf Kraftfahrer eingestellt und wir haben ein Werbebudget von 719,86 Euro ausgegeben. Also knapp 720 Euro in knapp sieben Wochen und dabei fünf Einstellungen beibekommen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch erfolgreich von unserem Partner so umgesetzt worden mit unseren Tipps. Und genau in dieser Zeit gab es eben diese fünf Einstellungen. Das macht 143,97 Euro pro Einstellung, was ist wirklich eine sehr gute Zahl. Ich meine, Sie können ja auch gerne mal bei sich überlegen, würden Sie eine Einstellung eines Kraftfahrers nehmen, wenn Sie knapp 145 Euro dafür ausgeben. Viele, viele, mit denen ich da auch schon gesprochen habe, würden da auf jeden Fall Ja sagen. Deshalb weiß ich einfach, dass da unser Konzept auch sehr, sehr gut funktioniert. Und genau, einfach nochmal auch zur Gesamtüberblick. Wir haben in der Zeit, in diesen sieben Wochen, haben wir neun Bewerbungen generiert. Das macht ungefähr 79,98 Euro, also knapp 80 Euro pro Bewerbung aus. Ganz, ganz wichtig dabei zu sagen, uns geht es nicht darum, Sie mit irgendwie häufigen Bewerbungen zu überschmeißen und zu sagen, hier haben Sie 20, 30, 40 Bewerbungen, viel Spaß beim Abarbeiten. Nein, bei uns gibt es am Anfang wirklich eine Einarbeitung in Ihr Unternehmen, in die Stelle, in das Profil, was Sie da wirklich suchen, um dann am Ende zu sagen, okay, es gibt hier einfach nicht einfach irgendwelche oder irgendeine Bewerbung, sondern die Bewerbung, die am Ende auch am qualifiziertesten ist. Das heißt, Sie sollen auch ausschließlich mit Bewerbungen sprechen, die für die Stelle geeignet sind, die zu Ihrem Unternehmen passen. Und deshalb sagen wir lieber die eine oder andere Bewerbung weniger, aber qualitativ viel, viel hochwertiger, was sich dann aber auch wieder natürlich in den Einstellungen spiegelt. Das waren einfach mal echte Zahlen von unserem Partner Ebner Logistics aus Bayern. Da arbeiten wir jetzt auch schon einige Jahre mit zusammen und da freut es mich auch immer, wirklich die Kampagnen zu schalten, sei es für den Kraftfahrerbereich, aber auch für den Lagerbereich haben wir dort auch schon Kampagnen oder auch im Büro Kampagnen mit übernommen und Stellen darüber auch besetzen können. Worauf ich jetzt noch einmal hinausgehen möchte, ist, was wir einfach gemerkt haben, ist sehr, sehr wichtig, da es viele Unternehmen einfach noch anders kennen oder aus einer anderen Zeit kommen. Und zwar ist es der optimale Ablauf einer Bewerbung. Wie ich es eingangs schon erwähnt hatte, meine ich jetzt hier im ersten Schritt einfach mal einen zeitlichen Ablauf. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das haben wir einfach mal mit Partnern besprochen. Wir haben mal geschaut, wo funktioniert es hervorragend, wo funktioniert es sehr, sehr gut und was haben diese Partner gemeinsam in einem optimalen Ablauf. Und damit geht es immer los, natürlich mit dem Bewerbungseingang und dann auch dem Erstkontakt am Telefon. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Nach dem Bewerbungseingang, der Bewerber, der dort reinkommt, wird telefonisch kontaktiert. Das heißt, der erste persönliche Kontakt vom Unternehmen wird aufgebaut. Da geht es nicht darum, irgendwie, ich sag mal, eine belanglose E-Mail zu schreiben, sondern wirklich persönlich mit dem Bewerber auch in Kontakt zu treten. Die fühlen sich da auch wirklich sehr, sehr gewertschätzt an, die vielen Bewerber. Und was wir auch schon mitbekommen haben, dass da eben auch in Foren, in sonstigen Austauschen zwischen Bewerbern oder auch Portalen, dass darüber geurteilt wird. Und deswegen empfehlen wir immer wirklich den Erstkontakt am Telefon innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Wochenenden nehmen wir jetzt mal raus, natürlich am nächsten Werktag. Aber da ist die Schnelligkeit eben entscheidend. Denn sobald sich jemand bewirbt, habe ich immer eine mentale Verfügbarkeit. Das heißt, der hat das gesehen, der fand es interessant, der hat sich da durchgeklickt, der hat seine Daten eingeben. All das sind ja Schritte im Kopf, wo er sagt, okay, das interessiert mich, das ist interessant für mich, das nehme ich so mit. Und deshalb bewerbe ich mich da jetzt auch. Und wenn man dann aber drei, vier, fünf Tage oder schlimmer sogar noch länger da ins Land ziehen lässt, dann fragt er sich auch, okay, ich habe mich jetzt hier schnell beworben, das war alles super möglich. Ich fand das jetzt gerade in diesem Moment cool. Wenn er auf Jobsuche ist, sagt er vielleicht, okay, ich finde vielleicht noch das ein oder andere Unternehmen interessant oder spannend. Deshalb ist es da sehr, sehr wichtig, wirklich schnell innerhalb von dieser 24 bis 48 Stunden direkt mit dem Bewerber auch in Kontakt zu treten und dem nachgehen zu können. Und dann am Telefon wirklich die ersten Themen einfach mal abzuklären. Und damit meine ich alle Hard Facts. Das heißt, was sollte auf jeden Fall über so einen Bewerber gewusst werden? Hat er entsprechende Qualifikationen? Also wirklich die klaren K.O.-Kriterien herauszufiltern. Genauso wie zum Beispiel, dass die Arbeitszeiten in Ordnung sind und auch schon mal grundsätzlich das Gehalt abstecken. Da geht es dann nicht darum, am Ende das Gehalt zu nehmen, was auch in der Bewerbung steht oder im Vertrag steht, sondern wirklich mal so eine Gehaltsrange abzustecken und zu sagen, okay, das passt. Jede weitere Zeit, die ich dann mit dem Bewerber verbringe, investiere, auch gegebenenfalls im Bewerbungsgespräch danach oder den Vertrag aufsetze, schon mal dem Steuerberater durchgebe, dass das eben alles passt. Denn wenn es schon am Gehalt irgendwo grundsätzlich scheitert, wo man dann irgendwo auch außerhalb dieses Spielraums ist, warum sollte ich mich dann weiter damit beschäftigen? Das heißt, da gilt es dann, das direkt am Telefon zu klären und dann nachgehend, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Step, natürlich in ein persönliches Bewerbungsgespräch vor Ort überzugehen. Und da ist es auch wieder ganz, ganz wichtig, da sollte nicht Wochen oder Monate, noch schlimmer habe ich auch schon gehört, ganz verrückte Geschichten, es sollten einfach nur ein paar Tage, wir haben dort ausgewertet, maximal fünf Werktage sollten dazwischen liegen zwischen dem Gespräch am Telefon und dem Gespräch vor Ort mit dem Bewerber. Das heißt, diese Einladung nicht zu weit nach hinten rutschen lassen. Wir arbeiten da zum Beispiel auch mit extra eingerichteten Online-Kalendern. Das heißt, unsere Partner haben die Möglichkeit, diese Gespräche direkt zu terminieren. So kann der Bewerber das in seinen Kalender eintragen, man hat es selber in seinem Kalender und es gehen automatische Erinnerungen raus. Das heißt, man kriegt da immer noch mal eine Benachrichtigung, um einfach auch eine höhere Quote der Erscheinung dort entsprechend zu haben. Außer man legt sowieso diesen Termin schon mal richtig und sehr verbindlich fest und hat da keine Probleme mit. Aber grundsätzlich können wir da natürlich auch helfen. Der nächste Schritt ist dann eben vor Ort dieses Gespräch zu führen. Und da kriegt man ja einfach schon mal sehr, sehr schnell den Einblick. Wie funktioniert das? Wie klappt das zwischenmenschlich? Wie ist der Bewerber drauf? Passt er ins Unternehmen? Das gilt es eben alles herauszufinden. Auch natürlich noch mal diese ganzen Fakten zu klären, wie Arbeitszeiten, sich auf das Gehalt zu einigen. Und wenn man dann merkt, okay, das passt oder das passt nicht, auch wirklich schnell eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, dort nicht zu sagen, okay, wir melden uns in zwei Wochen noch mal, weil wir einfach noch mal überlegen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir auch, okay, das hat sich nach diesem Gespräch sehr schnell ergeben. Man kann natürlich noch mal ein, zwei Tage überlegen, aber länger sollte es auch gar nicht sein. Also wirklich innerhalb dieses Zeitraumes zu bleiben. Und so kommen wir am Ende von einer Bearbeitungszeit eines Bewerbers auf unter zwei Wochen. Und das heißt, dieser Prozess, der ist sehr, sehr schnell durchgearbeitet im Sinne von, der Bewerber ist interessiert. Ich habe Kontakt aufgebaut. Ich leite alles weitere in die Wege. Das zeigt ja auch eine Wertschätzung, dass ich mich eben mit der Person, die sich dort für mein Unternehmen, für das Unternehmen interessiert, dass ich mich damit auch beschäftige und sage, hey, ich möchte dich bei uns im Team haben. Wenn die Person passt, da brauche ich nicht ewig lange überlegen. Und da komme ich jetzt nämlich einmal zum letzten Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir hören auch leider immer oft in den ersten Gesprächen, dass es zu Problemen gibt, dass der Bewerber sich das nochmal überlegen will. Und der muss erst mit jemand anderem noch sprechen. Aber das ist ein sehr, sehr großer Fehler als Unternehmen. Der Bewerber bewirbt sich bei uns. Ich möchte mich als Unternehmen ja nicht in diese Bittsteller-Position begeben und sagen, hey, überleg dir das doch nochmal und komm bitte, bitte zu uns. Oder ich warte jetzt hier ewig lange auf einen Rückruf. Natürlich kann man mal auf einen Rückruf eben entsprechend warten, wenn man einen Termin ausmacht. Aber man sollte als Unternehmen nie diese Position, nie diesen Rahmen dieses Gesprächs verlassen und sagen, wir sind das Unternehmen. Unternehmen derjenige oder diejenige hat sich bei uns beworben und deshalb treffen wir auch die Entscheidung. Und wenn dann gesagt wird, okay, wir entscheiden uns, wir melden uns in ein bis zwei Tagen bei dir, ob du bei uns anfangen kannst, dann hat der Bewerber zeitgleich auch nochmal ein bisschen Zeit. Und man gibt nicht dieses Zepter sozusagen aus der Hand, dieses Zepter der Entscheidung, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn ich als Unternehmen dann immer warte und immer wieder anrufe und hey, komm doch, komm doch bitte, komm doch bitte oder ja, das ist einfach nie gut, diesen Rahmen dieses Gesprächs zu verlassen. Und als Unternehmen sollte man sich immer bewusst sein, der Bewerber hat sich bei uns beworben, der Bewerber möchte bei uns arbeiten. Das ist einfach wirklich nochmal ein Tipp, den wir jetzt auch aus den letzten Gesprächen gehört haben. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie brauchen bei all diesen Themen Unterstützung, Sie brauchen qualifizierte Bewerbungen oder möchten auch einfach mal Ihren Bewerbungsablauf analysiert haben, dann tragen Sie sich gerne ein auf www.sanol-media.de. Einer unserer Experten wird sich da bei Ihnen melden, wird sich mal mit Ihnen in Kontakt setzen. Dann können wir auch gerne mal einen persönlichen Termin ausmachen, ein persönliches Gespräch ausmachen. Und dann schauen wir uns Ihre Situation an, schauen, wie wir Ihnen weiterhelfen können. Und dann freue ich mich schon, auch bald mit Ihnen zu sprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss!